Zuverlässige Druckluftsysteme in Nutzfahrzeugen sind wichtig für eine optimale Funktions- und Betriebssicherheit. Feuchtigkeit und Schmutzpartikel in der Umgebungsluft können in die Druckluft gelangen und das Bremssystem negativ beeinträchtigen. Die Mannfilter Lufttrocknerkartuschen in Erstausrüsterqualität schützen hocheffizient die Druckluftbremsanlagen von Nutzfahrzeugen. Unsere Lufttrocknerkartuschen von Mannfilter führen effektiv Feuchtigkeit aus dem System ab und schützen dieses vor Korrosion und Einfrieren. Die weiße Lufttrocknerkartusche ist für den Trocknungsprozess mit einem leistungsfähigen Molekularsieb bestückt. Die einfache und kostengünstige Lösung ideal für den Langstreckenfahrbetrieb. Mehr Leistung im Trocknungsprozess bringt die Standard Lufttrocknerkartusche durch ihre Doppelschichttechnologie, einer Kombination aus wasserstabilem Silikagel und einer Schicht leistungsfähigen Molekularsieb. Die optimale Lösung für ein breites Anwendungsspektrum mit längerem Wechselintervall. Im Vergleich zur Standardkartusche bindet die verbesserte silberne Version nicht nur hocheffizient Wasserdampf, sondern auch zusätzlich kleinste Öltröpfchen. Durch Koalyszenz sammeln sich diese Tröpfchen an feinfaserigen Filtermedien und schützt vor Ölkontamination. Eine Lufttrocknerkartusche für optimierten Schutz des Druckluftsystems. Die ideale Kombination an Leistung und Effizienz, geeignet für jegliche Betriebszustände in jedem Umfeld und für alle Nutzfahrzeuge. Ein wahres Multitalent ist die goldene Lufttrocknerkartusche. Ein zweischichtiges Trockenmittel entfernt perfekt den Wasserdampf aus der Druckluft. Neben der Lufttrocknung sorgt ein doppelt wirkender Aerosolfilter für einen optimalen Schutz gegen feinste Ölaerosole. Die Top-Lösung für erschwerte Betriebsbedingungen wie zum Beispiel Start-and-Go-Verkehr und hohen Bedarf an ölfreier Druckluft bei Stadtbussen und kommunalen Fahrzeugen. Alle Kartuschen können einfach und schnell gewechselt werden, dies spart Servicezeiten und Kosten. Die hochwertigen Mannfilter-Lufttrocknerkartuschen in Erstausrüstungsqualität schaffen optimale Betriebssicherheit für Nutzfahrzeuge. Sie reduzieren Wartungs- und Reparaturkosten, reduzieren Stillstandszeiten und halten ihren Fuhrpark am Laufen.